Isaac, ich bin's, Nicole! Du musst mir helfen! Uns helfen! Sofort! Ich... Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich! Bitte! Ich liebe dich! Ohohohohoho, Nicole, ich komme! Schätzchen, ich komm schon! Kendra ist eine verlogene Irgendwas, echt. Hier durch, gut. Äh, ich hoffe, wir finden unterwegs einen Shop, weil wir jetzt genug Cash hätten. Für die neue Rüstung. Oh, natürlich. Will ich wissen, was da drin ist? Nein, ich will's echt nicht wissen! Oh, die schlimmste Nervge... Scheiße! Überhaupt! Oh, sterbt! Oh, sterb! Oh, sterb! Oh, stirb du Mistvieh Will dich tot sehen Ja, es ist tot, nice Oh, du lebst noch Oh, ich hasse die Viecher Ich hasse sie über alles Ich hasse sie über alles, ja So, bist du wenigstens auch weg, ey Wurde auch langsam mal Zeit So Ähm, Waffen wechseln Ja, nehmen wir Plasma-Kater Der sollte wohl reichen Oh, 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 ey Ich hab nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen Gott, es tut mir so leid So leid Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid Ich hatte nie vor, dir wehzutun Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern Mach uns wieder ganz Mach uns wieder ganz Okay, what the fuck Sonst geht's sehr gut Oh Kann ich nicht speichern Not-Shuffle zurückrufen Was zum Henker soll das denn? Haha Haha Haha, du kommst zurück Rettungskatzel gestartet Crew Shuttle USG-09 Wiederhole, Shuttle hat Rettungskatzel abgesetzt Es spielt jetzt keine Rolle mehr Sie können den Schicksal nicht entkommen Niemand kann das Da kommt es Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Colomie runterfahren können Wir sind so nah dran, Isaac Und jetzt geh Geh ins Shuttle Wir treffen uns dort Ja, ja, schön Schön und gut Aber ich will erst mal speichern, ja? Ich will speichern, bitte Bitte, ich hab jetzt keine Lust zu sterben Ich muss sicherlich diese Kenner Erst mal in den Kopf schießen oder so Weil freiwillig wird sie sich wahrscheinlich eh nicht ergeben Steigt sie jetzt aus dem Shuttle raus? Nö Ist es sich zu fein dafür Gut, dann hol ich's halt eben raus Von mir aus Wie, 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 wie Da passiert doch was Ich will zugucken Was passiert da? Ja, kann ich jetzt raus? Äh? Was ist da? Was ist da? Was sollte diese Kamerawinkel? Jetzt kann ich raus Ne, warte mal Kann ich jetzt auch speichern? Sorry, Leute Ich will jetzt einfach mal speichern Weil ich hab das Gefühl Das ist ziemlich am Schluss Und da hat man nie wirklich Lust zu sterben So ganz am Schluss Was sind das für komische Zeichen? Und Munition Ja, aufgesammelt Sehr schön Und ich glaub ja nicht daran abzuhauen Sonst war's das mit ihr Okay, jetzt Sind das Dynamis-Fiecher? Kendra Wenn ja, dann lass es bleiben Das nervt Die sind ja auf Speed, man Abhauen, 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 abhauen Au Stirb Au Mann, die sind ja echt auf Speed, ey Was guckst du nach oben, Isaac? Das interessiert mich jetzt im Dreck, was da oben ist Ich will erstmal das Fiat töten Danke Oh mein Gott Erstmal Erst Total auf Speed Und zweitens Totaler Damage, den die da Verursacht haben So, nachladen, nachladen, nachladen So, Kendra Ausgespielt Wo bist du? Wieso geht der da? Oh, ist der ein Idiot Kendra ist da noch im Schiff Hä, wo ist denn sie hin? Äh Langsam wird's gruselig Dieser Nicole wird's langsam gruselig Und wo ist diese Kendra, Mann? Wo ist die Kendra? Wo ist diese Kendra? Bin ich paranoid? Ist sie eigentlich schon lange tot, oder was? Mein Gott Langsam macht's mich kirre irgendwie Tod im All, oh Gott Oh Gott Das klingt... Sieht nicht... Oh, was ist das? Oh mein Gott Wir sollen da auf den Planeten rauf, oder wie? Oh man Oh man Das kann ja lustig werden Das kann ja lustig werden Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle Okay Äh, ah ja Hier Ja, toll Steuerung, offline und so Muss ich irgendwas anmachen, oder so? Ah Das Ding hat keinen Strom, achso Okay Wo gibt es denn ein Stromzuford? Du beobachtest mich so gruselig Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst Wenn ich ehrlich sein darf Was ich eher ein paar hier rein und zuerst mal Oh Gott Aber das Mach uns wieder ganz Das macht mich irgendwie Das ist einfach nur krank Das klingt ja so nach dem Motto Hihihi Das wird böse enden So nach dem Motto So, und wir haben den neuen Anzug sehr schön Zum Finale doch passender Klamottenwechsel Das ist doch mal schön Niu, 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 niu Und da sind wir noch aufgehübscher als ohnehin schon Und, uh, uh, sexy, sexy Isaac Das steht dir richtig gut Wow, und das sieht cool aus So, jetzt haben wir eh keine Kohle mehr Also Lassen wir es gut sein Aber jetzt haben wir Um einiges mehr Leben Oh, oh, oh Bergbank Ich meine Einen Energieknoten haben wir ja sogar Ähm Ich würde gerne Den Plasma Cutter eigentlich Mehr, ähm Oh, Trefferpunkte wäre Vielleicht auch nicht schlecht Ja, okay Das dauert ein bisschen Strahlenkanone Ähm Dann gehen wir Ach, egal Dann gehen wir auf Breite Das lohnt sich schon Können wir gleich Mehr Monster nacheinander Platt machen Yay Und Speicher Und Save natürlich Gut Ähm Wo müssen wir lang Hier Oh Gott Böse Gott, wie die alle Schön erhängt wurden Oh Gott Krank So, nee Warte mal Wir haben hier noch einiges zu verkaufen Merke ich gerade Und das tun wir direkt auch mal Äh Inventar, bitte Mhm Halbleiter Gold Verkaufen Und den Diamant Oh, Diamant Das bringt sogar noch mal Richtig viel Cash Sehr schön Äh Ist es hier? Ah Und gleich noch mal speichern So Ähm Also wir müssen irgendwie Ne Batterie finden Hä, wo ist die Carl hin? Die Carl Toll Ah nee Das Ding muss ich erst Da rüber ziehen Oder wie? Aha So Ach, kein Wunder Dass es nicht ging Da Nernst Wo ist Nicole hin? Ist einfach verschwunden Oder wie? Und rauf mit dir Ich dachte schon Ich habe mich schon gefragt Wieso das Ding Zurück geht Das macht ja keinen Sinn So Und hier rüber Und jetzt bitte geradeaus Wenn du so freundlich wärst Gut Und jetzt brauchen wir Ne Strom zuvor Ja, wo hat's die Wo hat es die denn Erstmal Wo gibt's die? Ich bin verwirrt Nein Leute Ich bin verwirrt Ich weiß nicht Was ich tun soll Ja, aber vielleicht So ein Stase-Pack Könnten wir ja auch Gerade benutzen Ich mein Wenn wir schon So viele haben Hm Muss ich hier rein Oder wie? Ne, hier Zeig's mir einfach nur Auf Stromteil an Aber das bringt mir nicht viel Vielleicht hier Oder Oh, ne Stirb Gut Nein Das andere ist entkommen Verdammt Ah, schön Stirbst du bitte mal? Wow Ein Schuss Und das Ding ist hoch Cool So, sehr viel Amor Vielleicht mal schön Nachladen Das Ding ist hoch Oh Das Ding ist hoch Vielen Dank.